Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mama... Naja, ich verstehe, dass du es gern ausprobieren willst. Deine Brüste haben sich entwickelt, du hast einen Hintern, das macht dich wahnsinnig. Redet hier jemand, oder? Au! Aber hör mir zu, schon bald wird deine Sehkraft im Dunkeln nachlassen. Wenn nachts zum Beispiel alles schwach beleuchtet ist. Und bald danach wirst du dann erblinden. Wir lassen uns die Ferien nicht verderben, wir scheißen drauf. Ich dachte, ich wäre vorbereitet, aber es kam wie ein Schock. Werden meine Albträume dann auch verschwinden? Sag mal, Schätzchen, wie gefällt dir dein Sommer? Ich möchte, dass es der Beste deines Lebens wird. 22. August, sein Gesicht ist wirklich unglaublich. Es hätte mich umgebracht, es nicht zu sehen. Und deswegen will ich ihn wiedersehen. Ich will ihn retten und ich will gerettet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ...